Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3. Und zwar mit der Mission Das Auge des Sturms. 10. Oktober, 21.36 Uhr. Und los. Ach ja. Unter die Docks. Der Sturm wird uns übersöhnen. Na gut. Pssst. Wir dürfen nicht so laut sein. Hier sieht der Blutschirm unter anderem. Toll. Ihr seid spät dran. Oh, Mimimi. Okay, und los. Schauen wir da noch? Schön. Das ist gefährlich. Oh, auch noch. Sehr nice. Was für Kontakte, ja? Klammer. Perfekt. Perfekt. Keine Zeit, die Leichen zum Verstecken. Los geht's. Nicht schießen. Sie regeln die Stadt ab. Wir müssen schneller sein. Hier nach. Okay. Patrouille voraus. Du den einen, ich den anderen. Sag an. Jetzt. Perfekt. Nö, ich nicht. Du aber auch nicht, ja? Boah. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Du siehst uns nicht. Oh. Oh No, 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 no Oh, face bitch Ui, erst mal durchatmen Nein, oder auch nicht Oh cool, wer so an seine Pistole gegriffen hat So von gegen Schussbereit und so Oh, da ist noch der BTR Zwei sogar Scheiße Ahä Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Wieso stehen hier komischerweise Waffen Wir kommen von Westen bereit Also Vorsicht Verstanden Aufklärer auf dem Tag Außer Moment Tolles Timing, alter Mann Ui Leicht erschreckt gerade Ich habe ein paar Freunde dabei Ähm, ähm Achso, da sind auch unsere Mega geil Alles verbindet Okay Ja, dann los Ich bin da Schießen hier mit Raketenwerfern Helikopter im Anflug Na, wo sind sie denn? Komm ran hier Zack Zack Na komm, stirb Geht doch Züger können wir Ja Ein Schuss Nein, nein, nein Die trifft mich nicht Die trifft mich nicht Die trifft mich nicht Sie hat mich getroffen Wo sind die Bastarde da? Nein, nein, nein Nein, nein Nein, tschüss Ja, zweimal Sniper Perfekt Oh, schön Viel zu aufregend heute Viel zu viel Okay Viel zu viel Stress Keine Ahnung Alles mögliche Wow Wow Ja, eine andere Waffe Wäre vielleicht gar nicht so schlecht Das ist schon mal etwas Muss man hier noch Munition Komm da nach Du Lappen Na Da Habe ich Was haben wir denn hier Hier stehen Nur Snips Snips So Ich hoffe Das Auto ist Ups Sorry Was ist denn hin Hallo Was ist hier los? Sind wir mit dem Mongos? Na toll Ja, und ich bin unterwegs zu der Statue Ach ne Wo ist mir nach? Hat er? Ach ne Tun sie das nicht Wäre ich ja gar nicht drauf gekommen Spiel Gespeichert Man sei ja Was willst du hier aufräumen? Ist nichts mehr zu retten Okay Die sind schon ziemlich Ja Akira mäßig Oder? Nevin Ich will mich auch so wegrollen Wie der Ich bin noch da Los Ich folge dir Ach ne Das war auch meine Idee Und hier ist jetzt Vollversammlung Macht's euch gemütlich Wir haben ein paar Stocken bis zum Verrückten Krieg verlockt Kommt schon Türen Alle dort bereit Ah ja Macht's euch gemütlich Okay Okay In welchem wird das Sie wechseln ständig durch Das wissen wir erst Wenn er raussteigt Du scheinst viel über Makarov zu wissen Also Kamarov fungiert im Hotel Also unsere Augen und Ohren Sobald er uns das Zeichen gibt Geht es los Was siehst du? So eine Scheiße Anscheinend kommt Makarov zu spät Zu seiner Beerdigung Warten auf freies Schussfeld Dann kannst du ihm so viele Kugeln Verpassen wie du willst Eine wird schon reichen Blutsbrüder 11. Oktober 7.01 35 Sekunden Yuri Zack Nachladen Und Bereits So Und an dieser Stelle Noch mehr einen Cut Und Sehen uns dann In der nächsten Folge Wieder bei Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3 Tschüssi Und To